Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Tigerentenbande. Ein aufregendes Kinoabenteuer nach einer Idee von Janosch. Ihr könnt Laika, Hannes und ihre außergewöhnlichen Freunde zusammen mit der Tigerentenbande erleben. Bis zu dem Tag, an dem ihr Maskottchen, die Tigerente, entführt wird und sich Hannes der größten Herausforderung seines Lebens stellen muss. Ich fordere dich zum Duell, Mann gegen Maus. Aber nicht auf eine unbewegliche Zielscheibe, sondern richtig, wie im echten, knallharten, wilden Westen. Ein großartiges Abenteuer für die ganze Familie. Ein Mäusebussard! Die Tigerentenbande. Ab März 2011 im Kino. Die Tigerentenbande. Abpetenzановst du 선물 сейчас mit der Tigerentenbande entfernt. bank Snowfl 으Ґ Ravenlich. Einechaft்ахe.